Okay, YouTube. Jetzt sind wir hier tatsächlich. Okay, du. Hol sie dir. Große Spalt... Große Spalt-Axt. Just be careful. Ne große Spalt-Axt, mein Freund. Hey. Hey. It's you. Yes, it's me. What do you want? Hey, man. Thanks for helping me out. Kein Problem. Ich kann mich noch erinnern. Cash. Halleluja. Wenigstens einer der. Warum hast du mir das nicht gleich gegeben? Excuse me. Yes. Whoa, whoa, whoa. Moment. Einer nach dem anderen. I'm Kwan. My brother and I came here from Korea to work. To send money back for our family. I went out to look for food. And those things, they tried to kill me. If not for Nick, I'd be dead. He bring me here. But my brother, he's still hiding in apartment. He probably thinks I'm dead. He's there all alone. It's not safe there. Could you find him and bring him back here, please? Sure. I don't have anything here to give you. But we have money. You can have it. That's all I want. We live at 13 Seahat Street. Thank you and please find my brother. Maybe. Maybe I will take a look. Whoa, whoa, whoa. Oh, man. I was with some survivors and we were attacked by looters. And I ran. And I think I'm the only one who made it. One of those bastards took my wallet. All my money. Credit cards. Passport. And my daughter's picture. She's back home in New York and she's the only thing keeping me going. I'm here on business. And I promised her I'd be back in time for her 10th birthday. I've disappointed her so many times. I, I, I... I just don't want to break that promise. But you helped me find those bastards. The batteries are empty. What do I get for it? I'm in. They jumped us by the drugstore close to the canal. They're probably still hanging around there. Puh. Hey. What the hell? Oh. For what do I collect batteries? You, Carla. My asthma inhaler is almost empty. And I can't breathe without it. The stress of all this is just making it worse. I know all the nearby pharmacies have been looted. But if you happen to find even a partially full inhaler. I'd be very grateful. Oh. Oh. I'll bring Carla an asthma inhaler. Schwierigkeitsgrad Mittel. That's good. I'll do it. Oh, thank you. I don't know how long this one will last. I'm worried about him. Hey, friends. We're turning this place into a fortress. And I'm in charge of defense. Then I see no light. Before we found this place, we were searching for guns. And all we found was money. Mucho dinero. Gib mir. So if you can find some grain alcohol for Molotov cocktails. We would be glad to give you some of that feria. Whoever it belonged to probably isn't going to be needing it, huh? Okay. Okay. I'm in. Five bottles of alcohol. Alright. Hab ich. Mein Freund. Gib mir sofort cash. Hab ich. We'll turn those pendejos into fucking chimichangas. Yes. Molotov. Okay. Nochmal. Nee. Schweres Messer benötigt Stufe 17. Oh. Schweres Messer. Was hab ich denn hier alles? Baseball. Brecheisen. Dun 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 dun. Kann ich das nicht gegen die Fäuste einfach tauschen? Ja. Einmal. Pfff. Das Brecheisen hab ich auch noch nie benutzt hier, ne? Das ist wenigstens. Das ist ne Ausdauer. Verstehst du, was ich damit sagen will? Verstehst du? Gib mir das Messer. Du verstehst das nicht, oder? Ich steh auf scharfe Waffen, okay? Handeln! Kann ich auch mit dir. Okay, gut. Okay, gut, gut, gut. Fünftausend Cash, mein Freund. Und ich habe keine Ahnung. Was benutze ich denn hier nicht? Was benutze ich denn hier? Das Tauchermesser benutze ich überhaupt nicht mehr. Gib mir das. Nimm das. Stockmesser. Ähm. Weg mit dem Stockmesser. Und dafür das schwere Messer. Richtig. Die Pistole kannst du natürlich nicht haben. Und hier weiß ich nicht. Keine Ahnung. Deal or no deal? Oder hast du es mir schon gegeben? Okay. Wollen wir es hoffen, mein Freund. Sonst. Gibt's Ärger. Gibt's Ärger. Alright. Was haben wir hier noch? Ermüdender Hammer. Hammer. Don't need it. No. I don't ask you for a name. Shut up. Erzähl dir eine Lebensgeschichte. Kann's hurt to look. All I need is bleach. I have the means and materials to extract potassium chloride. Very volatile. Very powerful. Used in grenades, motor rounds and land mines. Aha. If you bring me bleach, I'll give you a contact grenade or a land mine. Whatever you need. MacGyver in person here. Okay. Let's do this. Ja, gut. Gut. Excellent. Wunderbar. Any kind of bleach will do. Habe ich doch sicher irgendwas dabei. Yeah. Brandgranate genommen. Yay. Nochmal. Nochmal effen. Effen. Ach. Snack. Alles deins? Gold. Bald meins. Okay. Und du? Dir soll ich Zigaretten holen. Richtig? Simon? Redest du nicht mit mir? Gut. Einen Augenblick. Ich hole eine Batterie. Ah, einen Magneten. Genau. Was möchtest du? Echt so, ne? Was? Okay. Ich bin über ihn. Ja, ja, ja. Ist okay. Ist okay. Ein schweres Messer. Hinten für den Hammer. Hackenmesser. 300. Okay. Reparieren. Sofort. Die Machete reparieren wir auch. Was günstig ist. Verstehst du? Und das reparieren wir auch. Alright. Soll ich was upgraden? YouTube? Das auf die letzte Stufe? Und wir sind glücklich? 700. Eigentlicher Marsch. Oder? Die Pistole. Die Pistole. Ne. Ich schaue vorher, was die schwere Pistole ist. Ihr versteht? Endlich mal eine Waffe mit, die auf meiner Stufe gerecht wird hier. Ist so kotzt. Modifizieren. Will ich jetzt auch nichts. Okay, dankeschön. Oh. Sorry. Okay, das war eine reine Quest Episode. Wie es aussieht. Ich hoffe, du hast mich nicht vergessen. Nein, nein, nein. Ah, der Regen hat aufgehört. Gut. Super. Super. Okay. Das bedeutet. Ich hoffe, du hast es gespeichert. Denn jetzt werde ich aus dem Spiel aussteigen. Und wenn ich wiederkomme, werde ich alles genauso vorfinden. Wenn ich jetzt verlassen habe. Habt ihr verstanden? 600 Dollar. Wie konnte ich das übersehen? Okay. Ich hoffe, ihr habt das alle gecheckt. Ihr seid meine Zeugen? Du auch. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann suchen wir uns gemeinsam eine Quest aus. Gemeinsam bedeutet, ich suche sie aus. Ihr sucht C-Zug. Radio Gaga. Oh Mann. 180 Questions. Ich spreche mit Mutter Helm. Und... Okay. Puh. Ich habe abgequestet ohne Ende, oder? Tja. Das... Das... Gibt alles... XP's, mein Freund. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wow. Ich brauche noch mal eine Menge bis zur nächsten Stufe. Oh shit. Das wird immer... Puh. Puh. Tja. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Macht's gut YouTube. Bis zum nächsten Part. Tschüss.